wir sprechen aber auch hier meine meinung nach über die verdrängte männliche anteile von der biblischen energie ich weiß das klingt auch sehr paradox wie es in der astrologie und in der bachbluten manchmal gibt es viele paradoxen biblische energie hat auch eine männliche energie und diese männliche energie ist die rebelische lilith und die rebelische lilith wurde die ganze zeit durch das patriarkat unterdrückt also das hat sich gezeigt zum beispiel ganz früh in unserer kindheit als uns gesagt worden du darfst dich nicht zeigen du bist hässlich du kannst nicht warum machst du das warum sagst du was du denkst so offen wenn das in gesellschaft nicht gut angesehen wird und so weiter und so weiter also wo ist diese stelle in dein radik ist das nicht interessant für dich zu wissen wo ist diese diese teil die die wein die sind die möchte einfach gesehen werden gelebt werden wer will ich was haben freiheit das ist wirklich sehr sehr befreien wenn wir uns diese anteilen anschauen heilen und einfach anfangen die zu leben